Hallo! Hi! Wir haben heute vor, etwas mit der Weiß 3 Palette von Urban Decay zu schminken. Ich zeige sie Ihnen. Der heilige Graal. Der heilige Graal. Nicht so viel sabern, bitte. Genau, und wir haben jetzt überlegt, dass einer von uns etwas mit den Blautönen schminkt und der andere eher etwas mit diesen Rot-Lila-Pink-Tönen. Und die Lisa wird etwas in Blau schminken und ich in Rot. Ja, und wir werden beide eben eine Palette noch benutzen. Genau. Weil die einfach so wunderbar vielfältig ist. Ja, wir waren im Überlegen, was wir machen. Und ja, Sleep-Paletten war irgendwie jetzt nicht mehr so. Unsers, nach dem letzten Fail-Video. Wir werden euch das explizit nochmal verlinken. Oder alle anderen Videos auch noch, die wir gerade noch gedreht haben. Ja. 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 Dann können wir einfach mal schon mal loslegen, ne? Mhm. Gesicht haben wir soweit schon fertig. Wie, denn alle Videos auch. Nee, gar nicht. Bei Blindschminken zum Beispiel. Nee, stimmt. Bei Blindschminken lohnt sich zu gucken. Und bei der Zeit auch nicht. Lohnt sich zu gucken. Das stimmt. Okay. Alles klar, dann geht's los, oder? Jo. Eine Base. Eine Base. Base ist... Ey, ich habe wieder meine Kiko. Ich die hatte Kiko. Meine Augen... Tut schon etwas weh, wenn ich da drüber stresche. Mega fertig. Ja, wir müssen erst mal morgen entspannen. Also, wenn ihr die Palette nicht habt, absolut koffen wir. Unbedingt zum Douglas in Düsseldorf fahren. Oder eben online bestellen, weil... Aber Douglas geht leider nicht. Ja, aber bei Urban Decay. Ja, okay, das geht. Ja, stimmt. Ich hatte ja einen Douglas-Gutschein, deswegen muss ich... Also, ich habe sie bei Urban Decay direkt bestellt. So. Schauen wir mal, was du so für Pinsel hast. Ich finde das immer sehr schwierig mit fremden Pinseln. Ja. Weil man überhaupt nicht weiß, wie die so funktionieren quasi. Wo sind wir? Mhm. Ich brauche jetzt mal einen... Solchen. Womit fangen wir denn an? Du fängst immer außen an, ne? Ja. Ich fange immer innen an. Also, ich fange auch immer mit der Liedfalte an. Irgendwie muss ich das immer achten. Ja, was du drin haben. So. Abgefahren. Ist es doch. Ich könnte das gleich gar nicht außen anfangen. Ich kann sonst... Ich kann aber nicht leben, wenn ich meine Liedfalte nicht gemacht habe. Ich weiß auch nicht. Aber meistens, wenn ich ziemlich schnell gehen muss, dann ist das halt so mein Basic, was ich immer mache. Okay. Also, wenn du den brauchst. Thank you. Ein blauer. Ist das benutzt? Ach, noch gar nichts. Quasi. Also schon. Nein, nein, nicht blau. So, ich habe den Plan. Also, ich mache noch den Gliedfalte raus. Oh. So schön. Das erste Mal benutzt. Aber man sieht, glaube ich, schon einen kleinen Unterschied zwischen den Slipaletten, oder? Von der Pigmentierung oder von was jetzt? Ja, also von der Intensivität. Ja. Die ist halt anders irgendwie. Ja, ich hatte das Lila ja in dem Slip-Video drauf gemacht und man hat da irgendwie, also es hat immer noch so ein bisschen so durchgescheint. Vielleicht liegt es auch daran, dass dieser hier so ein bisschen satin ist, also ein bisschen schimmernd ist. Und der andere vielleicht... Magba, vielleicht liegt es daran. Also, die hat sich vielfach ausdecken da. Natürlich im Preis. Müssen wir uns nichts vormachen. Also, es kommt drauf an, ne? Also, zum Beispiel, ich finde die Sunset zum Beispiel auch. Ja, die... Wir sind halt einfach eine klebrige Base. Ich habe ja von P2 so eine, so eine Runde. Und wenn man da das halt aufs Auge macht und dann direkt die Farben das haftet, also das klebt da richtig so ein bisschen dran. Das klappt dann auch ganz gut. Darf man halt nicht zu lange warten, bis es eingetrocknet ist. Füße drehen. Ja, die schlafen irgendwie sehr schnell. Wir sitzen ja auch den ganzen Tag schon hier auf dem Boden, ne? Seit... 5 Stunden, ne? Wann haben wir? Oder 4? 4. 4. Warte mal, nee. 20 vor 5. Ich bin um kurz vor 11 hier gewesen. Dann warst du auf dem Sofa. So, und jetzt rechnen. Ich bin raus. Ich auch. Okay. Okay, du hattest gerade den hier für rot, oder? Mhm. Hat Papa schon ein bisschen... So. Wir beide. Ich will zeigen, was wir genommen haben. Achso, ja. Mach du erst mal. Du packst jetzt raus. Ich habe jetzt den grünen benutzt. Und jetzt werde ich den hier oben benutzen. Mal so für außen. Und dann den blauen hier wahrscheinlich dann gleich für unter dem Auge. Und ich habe bis jetzt... Oh. Lucky benutzt. Das ist das Gold und Sonic das Rutsch. Für die Lidfalte? Nein, ich habe bis jetzt alles... Und ich habe jetzt für die Lidfalte innen. Stimmt. Damit hast du ja angefangen. So. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich weiter mache. Aber das ist eine richtig schöne Farbe, Sonic. Ja, Sonic ist der Hammer. Ja. Könnte man mal machen. Geiler Fallout. Ups. Schüttel. Sieht noch nicht sehr nach Melden. War das dein Goal? Ein wenig. Das kommt nach Plus Fallout. Ja, du musst nur noch ein bisschen vielleicht das Blau dann verwenden. Und dann sieht das schon automatisch meldungsvollmäßig aus. Es ist so dunkel jetzt. Hm. Hab ich rausgekommen. Awww. Schade. Brauchst du die Pause? Warte, ich mach meinen hellen, glaube ich. Aber geht das? Ich muss auf jeden Fall hier meine Dinge wegmachen, Anna. Ja, kannst du auch. Ich muss gleich meine Augenpartie einkriegen. Der ist doch echt trocken. Voll. Ich kriege den Conciler gar nicht mehr richtig verblendet. Scheiße. Hier auf der Wirbel abgeschminkt. Oh. Drei. 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 Ja? Ist das einfach mal nachgeschminkt? Ja. Gucken wir mal, wie ich es mit dem Blau gleich wieder voll versau. Das kommt ja auch noch. Ja, und dann der Vollout. Ich bin bereit für das Blau. Ist das eigentlich ein Lippenpinsel? Von Willetheken? Oder? Nee, Detailabwasch heißt da. Das ist ein Lippenpinsel von Evelyn. Das sind genau gleiche aus. Und die nehme ich gleich noch hier unten halt für die Unterwärmung. Für die Unterwärmung. Ja, voll gut. Der ist von Evelyn. Gibt es den noch? Ja. Es gibt zwei. Ich glaube, das ist der alte, der gerade ist. Und das ist, glaube ich, der neue. Mag ich voll gerne. Ich weiß nicht, wenn ich so unten Farbe mache, finde ich, sieht das manchmal bei mir so aus, als hätte ich mit Make-up geschlafen und das wäre unten so. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie sieht das immer so komisch aus? Ich würde das auch gerne mal irgendwie machen, aber komme ich nicht mit klar. Aber blau unten finde ich auch eigentlich schwierig. Ich trage gerade gelben, blauen Kajal. Verstand nicht so ganz, was ich von mir erhalten sage. So, ich glaube, ich bin fertig mit den Augen. Ich auch. Den Align haben wir schon weggepackt, ne? Ja. Oh, Mann. Zeig. Ich hole den Align. Ich hole den Align. Ich hole den Krabbeln. Ja, du hast Sonnenlicht im Gesicht. So, ich trau mich jetzt gar nicht, die nochmal zu biegen, ne? Ich lasse das jetzt einfach. Nicht, dass ich dann jetzt gleich keine Wimpern mehr habe und mir die dann immer anklären. Oh, stell mir vor. Ja. Du reißt dir deine Wimpern auf. Und dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Weil wenn du nochmal mit Lidschatten drüber gehst, hast du es ja auf den Wimpern und... Ja. Okay, ich durchdrehen. Hast du das noch nicht? Also meistens, wenn ich dann oben drauf komme, dann lasse ich das abtorten und gehe mit dem Q-Tipp nochmal so drüber und dann geht es eigentlich ganz gut weg. Also das hier jetzt zum Beispiel geht damit auf. Ja. Also einfach ab, okay. So, warte ich jetzt. Und dann verblende ich dann manchmal noch. Also mit so einem leeren Pinsel oder sowas. Mit so einem leeren Pinsel. Leeren Pinsel. Ich nehme jetzt seit 50.000 Videos hier, die im Real. Nur Luminus. Ich hoffe, die Wimpern wollen auch nicht mehr getuscht werden. Nee, ne? Die sind schon ein bisschen grandisch mit uns. Ich finde das schön. Ja. Du nicht. Doch ein wenig mehr. Ja. Ist okay. Ist okay. Ist ja schön. Ja. So, das war das. Genau. Ja. Die gehört dazu. Das musst du nicht machen. Jo. Ich habe ja auch noch was auf dem Auge. Weißt du? Ja, stimmt. So auf dem Auge ist jetzt egal, ja? Gut, ja. Das sind so Varianten, was man mit ihr machen kann. Man kann aber auch was total alltägliches machen mit dem. Zum Beispiel. Seht ihr. Also, ne? Was ich total gerne mag, sind die beiden zusammen. Der und der. DTF und Shifai. Ich habe ja jetzt ein Make-up damit geschminkt. Auch so ähnlich. Also halt auch so eher rötlich. Ja. Aber bei dem Grün war ich mega überrascht. Ja. Das hat mich sehr umgehauen. So touchy. Kann man auch mal alleine zu tragen. Ja. Mit einem Braun in der Lidfalte. Ja. Das finde ich fehlt hier aber ein bisschen. So ein warmes, dunkles Braun. Ja. Das würde ich mir noch wünschen. Aber ansonsten. Wie in so vielen, ne? Ja. Ja. Das war schön. So. Wieder blöde Situationen. Verabschieden wir uns. Für jeden Fall. Ah. Hm. Ist auch gleich leer. Akku. Oh ja. Hab ich gar nicht gesehen. Ja Mädels, Akku ist gleich leer. Akku ist gleich leer. Wir haben schon wieder viel zu viel gefilmt heute. Ja, aber war schön. Ja. Vielen Dank fürs Zugucken. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Das auch. Ja. Achso. Das wäre gerade doof. So. Ja. Ja. Schaut euch die Palette auf jeden Fall mal an. Auf jeden Fall mal. Wir gucken mal. Wir verlinken sonst mal vielleicht, wenn du noch Videos damit geschminkt hast. Ob wir da mal welche finden oder so. Oder eventuell kommen demnächst dann auch noch welche. Ja. Wer gerne. Mhm. Ja Mädels, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Das hoffe ich auch. Ja. Und wir sehen uns bald wieder. Genau. Dann leider getrennt. Ja, dann leider getrennt. Aber wir machen das bestimmt noch mal zu lange. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss.